Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play City Skylines. Wir waren stehen geblieben bei den städtischen Postdiensten. Über den städtischen Postdienst wird die angesammelte Post an die Bürger verteilt. Gibt es einen städtischen Postdienst, erfahren die Bürger eine leichte Erhöhung. Die Post wird in Postlastwagen über ausgehende Verbindungen. Okay, also hier geht aus der Stadt raus. Wird dann rausgemailt quasi. So, wir haben aber nach wie vor leichten Energieengpass, den sollten wir zuerst bekämpfen. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Saft. Also unser Strom ist ein Katastrophchen. Und hier wird oft eingebrochen, das geht ja mal gar nicht. Hier oben ist die Polizei auch ein bisschen knapp gerade. 12.000 müssen wir dafür hinblättern. So, und nachts gehen eben auch überall dann irgendwann die Lichter aus. Jetzt ist 21 Uhr, Primetime, ja. Äh, halb neun ist erst. Okay, halb neun. Das heißt, jetzt ist noch überall relativ starke Tag- oder Abendaktivitäten quasi. Ja. Die flitzen hier alle. Und hier, ihr seht schon. Die gehen so langsam, jetzt beobachten wir mal hier so diesen Bereich, diese zwei Häuser. Das ist so eine schöne Doppelhaushälfte, ganz gemütlich irgendwie, ja. Und ich habe so das Gefühl, es wird auch bei dieser Doppelhaushälfte langsam dunkel. Also auch hier oben, ihr seht schon, die Lichter gehen so langsam aus. Ich weiß nicht, ob die jetzt Strom brauchen oder nicht. Aber es scheint so, als würden auch hier ganze Stadtteile teilweise dunkel werden. Na, hier machen manche Leute, machen das Licht aus. Es wirkt ganz viel lebendiger, muss ich sagen. Gefällt mir gut. So, hier unten haben wir eine mega große Action. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Lass uns mal hier die örtliche Polizei aufbauen. Das geht mich so überhaupt nicht. So, die ersten Streifenwagen sind raus. So, hier unten, da wird nämlich auch gerade ein bisschen ärgerlich. Also die Leute ärgern sich drüber. Hier unten ist kriminalitös, quasi. Und wir brauchen, fällt mir gerade noch so einen örtlichen Friedhof. Den bauen wir auch hin. Und zwar wird der hier irgendwo statt, äh, seine, seine, seine Tore öffnen. Klingt jetzt so doof, sondern so voll böse. Hier so. Zack. Gucken wir mal, Leichenwägen in Verwendung. Zwei. Eine. Ein, 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 ein Gräbchen ist schon da. Zwei. Jetzt auch blöd, blöd tituliert. Verarbeitende, verarbeitete, Verstorbene. So, fährt die Police jetzt eigentlich immer runter? Ich habe bisher noch keine Polizei hier unten gesehen. Normalerweise müssten die doch eigentlich jetzt voll unterwegs sein, ne? Ich werde doch nicht hier unten noch eine extra Polizeidienststelle brauchen, ne? Wird, also, wäre jetzt irgendwie seltsam. Doch, da ist, da ist die Police, okay. Ich verstehe es halt nicht, ne? Na gut. Wie schaut es hier aus mittlerweile? Arbeitstechnisch, es sind zu wenig Arbeitskräfte hier. Und das Ganze sieht wie folgt in Zahlen aus. Wir brauchen definitiv mehr Einwohner in unserer Stadt der Liebe. Und wir werden hier auf jeden Fall weiterbauen. Muss ich mal ganz, ganz kurz gucken, dass ich da mich nicht vertue. Ja. Genau, dann wird nämlich folgendes passieren. Wir werden jetzt erstmal hier wieder klassisch aufbauen. Mit Dirt Roads erstmal. Naja, das finden wir natürlich am Randwohnen nicht so cool, dass da neue Gebiete ausgewiesen werden. Denn die haben natürlich bisher einen tollen Blick gehabt auf die Stadt. Das büßen sie jetzt gerade so ein bisschen ein. Aber hier oben wird es auch noch ein Postamt geben. Und noch andere Dienstleistungszentren. Weil bisher haben die hier oben auch zum Beispiel keinen Arzt. Der wird jetzt hier aufgemacht. Eine neue Feuerwehr kommt dann hier oben noch rein. Also wir haben dann hier dieses Gebiet noch deutlich aufbessern. Ein bisschen polieren quasi. Das kommt alles so nach und nach. Feuerwehr ist der nächste Bauscheabschnitt hier. Wir werden aber trotzdem jetzt folgendes mal machen. Also hier kommen jetzt erstmal Gewerbegebiete rein. Hier bauen wir noch nix hin. So, dann. Die Industriestraße. Kommt hier hin und das graden wir hier auch nochmal ab. Und dann können wir das hier auch nochmal upgraden. Bis hier rauf wird das Industriestraß. Das mögen natürlich die Anwohner hier gar nicht. Vielleicht auch ein bisschen laut. Ich weiß es ja nicht. So. Wie schaut es hier eigentlich aus? Man weiß es nicht. So. Hier runter kommt dann, wie gesagt, hier wird es auch noch weiter gehen. Apropos, es ist 22 Uhr. Schauen wir mal hier in die City rein. Hier ist fast der ganze Außenbereich. Hier ist nachts dunkel. Hier weniger. Oh, wir kriegen demnächst einen Wasserengpass. Das sehe ich schon kommen. Gut. Aber wie dem auch sei. Jetzt pass auf. Ah, also wir haben hier oben dann einmal das. Das ist okay. Kryo-Konservato... Was? In diesem umstrittenen Gebäude werden klinisch Tote so lange aufbewahrt. Ach was. Was es alles gibt. So, was haben wir hier jetzt noch? Feuerwehr. Haben wir ja schon versprochen. Polizei ist neu gebaut. Das brauchen wir jetzt erstmal uns nicht drum kümmern. Geheimdienst. Oh was. So. Bildungseinrichtung. Fakultät. Jetzt ein Post Office. Ja. Kommt auf jeden Fall hier unten auch noch rein. Hier wird es neue Post geben. Da fahren jetzt die ersten Postkutschen los. Wie schaut es jetzt mit dem alten Post Office aus? Das ist noch nicht am Limit. Gucken wir mal schnell. Aber ich weiß gerade nicht. Sortierte Post 40.000 von 100.000. Ist das hier mit drin? Nee, ne? Ich finde das irgendwie cool mit der Post hier. Müll haben wir ein leichtes Problem gerade. Wir haben auch, haben wir noch keine Mülldeponie. Das wäre natürlich richtig doof. Das brauchen wir nämlich, wenn dann, auf jeden Fall sofort. Doch, wir haben eine Mülldeponie. Aber ich glaube, die ist Knalle, oder? Jo. 90% voll. Dann lass uns hier nochmal schnell eine neue Mülldeponie aufbauen. Vielleicht zwei. Erstmal, um ein bisschen Entlastung herzubekommen. Weil sonst läuft uns hier die Suppe gleich aus den Ohren. Das wollen wir auch nicht. Ja, wir haben hier leichte Probleme gerade noch. Sollte sich aber relativ zügig lösen lassen. Ja, die leeren sich gerade aus und machen die anderen beiden voll. Das ist in Ordnung. Gut, okay. Wir kommen der Sache langsam näher. Hier ist viel los, klar. Wie schaut's hier hinten aus gerade? Keine unsortierte Post bis jetzt. Ja gut, die Stadt wächst auch erst so ganz langsam in die Richtung. Ihr seht das schon. Na, hier baut nachts kein Mensch. Die ganzen Baustellen hier stehen. Das wird erst noch. Morgen früh geht's weiter mit den Baustellen sozusagen. Ja, es wird, ich finde das toll. So, dann wird hier nämlich auch nochmal eine Polizei dann später hinkommen. Dann haben wir hier auch ein bisschen mehr Sicherheit. So, aber die nächste Beanschaffung wird sein. Hier unten kommt eine Schule hin. Hier ungefähr. Na, hier ist es gut. 10.000 müssen wir dafür sparen. Das haben wir gleich. In wenigen Sekunden. So, völlig pleite, aber glücklich. Starten wir in das da. Voll. Voll. Gut. Dann haben wir jetzt fast 900 Kapazität von Schulen. Die sind alle aus gerade im Moment. Ja. Grundschule. Außer Betrieb. Weil nachts. Das ist ganz wichtig. Diese Schulen laufen nachts nicht. Die sind nachts aus. So. Es ist Mittwoch. 4 Uhr. Das heißt, dieser Schulbetrieb wird demnächst starten. Hier haben wir 74.000 sortierte Posten und unsortierte Posten nichts. So, 1.000 unsortierte Posten wurde hier abgeliefert. 100.000 Kapazität haben die Dinger. Das heißt, mehr Postämter brauchen wir jetzt, glaube ich, erstmal nicht. Aber ich habe gerade, ich neige gerade zu der Überlegung, ob ich nicht hier unten so eine kleine Polizeistation hinsetzen soll. So ein Ding hier, weißt du? Das ist groß um, ne? Das macht eigentlich keinen Unterschied. Hier so eine kleine Police. Wäre cool irgendwie. Also dann aber trotzdem lieber hier irgendwie hin. Das kostet ja auch mega Geld, ne? Haben wir hier oben alles vollgebaut? Ja, also hier, der ganze Hügel wird noch voller Einwohner. Das erweitert uns doch deutlich. Aktuell kommen immer mal wieder neue Leute dazu. Aber so im Großen und Ganzen ändert sich dadurch nicht viel. Aber ich muss hier unten mehr Polizei herbringen. Das führt alles zu nix sonst. So, das ist wieder weg. Der Mond geht langsam unter. Aber ganz langsam. Ja, hier, das ist mittlerweile Kriminalitätsrate, ist hier ein Riesenproblem. Da werden wir auf jeden Fall nochmal Polizei herbringen. So. Auf geht's, Jungs. Die fahren aber gerade lieber in die Stadt raus. Das finde ich ganz toll. Normalerweise sollte Kriminalität hier draußen jetzt kein Problem mehr sein. 12% Kriminalitätsrate, das kann es ja echt gar nicht sein. Wir verlappen hier in Verwendung. Drei in Verwendung. So, baut ihr mittlerweile hier mehr auf? Also langsam gehen auch die ersten Arbeiten wieder los. 6 Uhr. Die Stadt erwacht aus ihrem Dornröschenschlaf. Herrlich. Mag ich total gerne das Setting. Ich liebe das gerade voll und ganz. So, da Dornröschenschlaf endet, jetzt werden hier wieder ganz, ganz geschwind neue Häuser hochgezogen. Der ganze Hügel hier oben wird jetzt zu einem neuen Baugebiet ernannt. Das gefällt mir wahnsinnig gut alles. So, aber warum das hier unten immer noch so kriminalös ist, weiß ich nicht. Ruhe, kriminelle Aktivität, bauen sie mehr Polizeiwachen. Ja, die Police kommt hier auf jeden Fall her. Hat aber keinen Streifenwagen in Verwendung. Haben wir da irgendwie ein Riesenproblem? Wir haben sehr viele Gefangene auch mittlerweile. Ja, wir sind hier auch relativ gut ausgestattet. So, jetzt anderes Problem, andere Zeit. Wir wollen haben eine Busverbindung. Und das kostet uns 30.000, dieses Gebäude. Boah, ich würde gerne hier unten mehr Leute hinkarren. Ja, also hier eine schöne Ringlinie machen. Und eine Linie, die von hier über die Ringlinien nach da oben führt. Also quasi hier einen Ring und hier einen Ring. Der hat hier irgendwo einen Anschluss an eines der Bestandsdinger und beim Rückweg dann auch nochmal eins. Dann hätten wir hier eine Querungslinie und eine schöne Ringlinie um die Stadt rum. Dann könnten hier alle Leute Bus fahren, wenn sie wollten. Aber, wie gesagt, unser Busdepot, was wir ja da vorher brauchen, das würde hier hinten irgendwo stattfinden, braucht halt 30.000 Kröten. Und das ist natürlich eine harte Nuss. Abgesehen davon, dass das natürlich auch schwierig ist hier. Wir müssten auch jetzt so langsam mal uns überlegen, ob wir nicht hier vielleicht eine Straße rüberbauen wollten. Machen wir auch. So, haben wir hier nämlich auch nochmal eine Querung. Und hier kommt auch nochmal eine rüber. Dann verteilt sich nämlich auch der Verkehr ein bisschen besser und muss nicht über diese eine Brücke drüber. Dann haben wir hier insgesamt ein bisschen mehr Luft. Und wie gesagt, dann entlasten wir hier dieses eine Eck. Das ist nämlich schon sehr, sehr stark befahren. Und ich glaube, das ist für uns gut. Warum das jetzt so ist, wie es ist, weiß ich nicht. Aber ich hoffe, es wird jetzt bald besser. Wie schaut es hier eigentlich aus? Die machen auch ganz gut Profit. Wo ist denn da das Problem? Arbeiter bis zur nächsten Stufe. Wir haben es noch zu wenige, deutlich zu wenige. Das ist nach wie vor ein irrsinniger Wohndruck bei uns. Machen wir hier nochmal ein paar Arbeitskräfte her, rings um unser Feld. Also Wasser wird auch langsam zum Problem. Also Wasser ab Wasser müssen wir uns überlegen. Strom müssten wir uns überlegen. Wir sollten jetzt vielleicht noch ein bisschen Geld noch rückhalten. Das neue Wohngebiet wird allerdings doch priorisiert sein. Weil wir brauchen definitiv mehr Einwohner. Ich baue jetzt momentan wieder sehr, sehr viel Kastenprinzip. Ich weiß, ihr mögt das immer nicht so. Aber ich baue es gerade einfach, weil es mir ein bisschen mehr Ordnung hier reingibt. So, und wir sollten die Bildung auf jeden Fall jetzt dann demnächst hochschrauben. Das wird wichtig. Das wird für uns noch wichtig werden. Schön. Lassen wir das Ding auch noch bauen. Das ist okay. Vielleicht kommt ihr hier auch nochmal eine Querung rüber. So eine Querstraße von hier irgendwie bis hier. Oder von hier unten hoch. Und dann quer rüber. So quer durch die City auch noch. Wären doch Ideen, die ich hätte. Aber schauen wir jetzt erst mal aktuell. Sollten wir vielleicht mal noch ein bisschen hier in die ländliche Entwicklung setzen. Es könnten natürlich deutlich mehr Leute hier arbeiten. Und im Budgetfenster sollte sich das auch widerspiegeln, dass wir hier Profit machen. Ja. 30% unserer Gesamteinnahmen kommen mittlerweile aus den Industriegebieten. Der Rest insgesamt kommt eben aus den Verteilungen hier raus. Und da machen wir am meisten durch Wohnungen schlichtweg. Dieses Gebäude produziert Nutzpflanzen. Okay. Ja, wir sollten auch mal gucken, dass wir dann die Nutzpflanzen hier irgendwie wegbekommen. Also sprich in die Verarbeitung gehen. Und da haben wir die Getreidemühle als großes, als großes Ganzes. Und da brauchen wir mehr Arbeitskräfte. Als nächste größere Anschaffung. So, und das wird man ja hier eigentlich dann sehen können. Landwirtschaft. Erz. Ah, hier ist Ernst, okay. Also wir haben hier Nutzpflanzen. Was steht hier? Nutzpflanzen werden für Förderanlagen in Landwirtschaftsgebieten produziert und durch abgegrenzte Land, okay, kann für bestimmte Kosten importiert werden, kann gegen Geld exportiert werden, kann in Nutzpflanzen Lagerhäusern gelagert werden. Und dann kommt das hier weiter, Wehl oder Fleisch. Und das wird weiter. Jedes Produkt einer einzigen an den Fabrik ist ein Luxusprodukt und kann in Gewerbegebieten verkauft werden. Und das führt so richtig Cash. Okay. Alles klar. Also nächste Baustelle ist die Mühle, aber vorher brauchen wir Saft, weil der Strom geht uns mal wieder knallhart aus. Und wir sollten da definitiv gucken, dass wir hier auch mehr auf den guten Strom kommen. Ohne Energie kommen wir hier langsam in Bredouillen. Na, es regnet ja mal wieder wie aus Eimern. Das müssen wir noch lösen, warum auch immer die Police da nicht drauf geht. Wie viel haben wir in sieben Tonnen Nahrung von unseren 66 Tonnen gehen in die Tierproduktion? Ah, Palmenackerland hat Stufe 2 erreicht. Gebietsboni, Effizienz plus 4, Verschmutzung minus 10. Die folgenden Gebäude werden freigeschaltet. Getreidemühle, Bäckerei, Landarbeiterunterkünfte, Viehstall, kleine Scheune. Ja, geil. Ja, meine Lieben. Und die, diese Sachen, die seht ihr in der nächsten Folge. Wenn ihr Glück habt, wenn ihr Freude habt, wenn ihr Spaß dran habt, dann auf jeden Fall und noch vieles mehr. Und in der Zwischenzeit schaue ich, dass das Abwasser rauskommt und Frischwasser reinkommt, denn das brauchen wir ganz, ganz dringend. Also hier brauchen wir oben noch eine neue Pumpe, quasi. Ne, baue ich gleich mal. Zack. Ist auch schon am Netz. Wunderschön. Frischwasser haben wir gesaved. Sollte kein Thema sein. Dafür haben wir aber immer noch wahnsinnig wenig Strom. Das muss man auch langsam aber sicher in den Griff bekommen. Oh. Die Police hat scheinbar gewirkt. Äh. Ah, jetzt sind alle fast am Start. Okay, alles klar. Das ist der Tag. Neun Uhr ist durch. Klar, die haben bis neun Uhr nicht gearbeitet. Logisch. Ja, das, wie gesagt, wie das ja weitergeht, das schauen wir uns noch an. Also unser Getreide-Landwirtschafts-Netzwerk hier wächst und wird immer, immer besser. Ich freue mich, dass es so ist. Und wir werden auch hier drüben definitiv noch weiter bauen. Aber da werden wir auch vermutlich auch nochmal weiter Industrie auch noch aufschrauben müssen. Hier werden wir auch noch viel mehr Landwirtschaft betreiben. Da freue ich mich auch drauf. Und ich hoffe, ihr freut euch da mindestens genauso sehr wie ich. Denn das wird nämlich supi. So. Okay. Genug gefaselt. Genug geschwafelt. Ich sage danke fürs Zuschauen. Habt eine tolle Zeit. Lasst es euch gut gehen. Und wir sehen uns. Euer Zwerg auf Zwergtube. Ciao. Ciao.